In unserem Betrieb bewirtschaften wir biologisch. Wir legen sehr grossen Wert auf Bodenfruchtbarkeit, auf einen vielfältigen Anbau und versuchen möglichst viele von unseren Produkten zu verarbeiten. Wohnerkennigkeit ist etwas sehr wichtiges. Das bedeutet einerseits für mich, dass ich selber Entscheidungen fällen kann, selber das Risiko nehmen, selber die Verantwortung tragen muss, dass wir eine grosse Vielfalt an verschiedenen Pflanzen und verschiedenen Tieren haben. Im Moment kann ich mir nichts anderes vorstellen als Biolandwirt sein. Das ist wirklich bei den Rahmenbedingungen, die wir im Moment haben, das schönste, was ich mir vorstellen kann.